Einen wunderschönen guten Abend, liebe Checker-Freunde. Ja, was haben wir hier, wie schon in der Beschreibung, zu lesen? Audi RS3 8Y. In dem Fall, wie immer, klassisch spontane Ambientebeleuchtungsvideo. Ich muss sagen, das ist cool gemacht. Und die ist auch Serie, so wie sie hier zu sehen ist. Und es gibt auch keine andere. Wir fangen mal an. In dem Fall hinten. So, und da haben wir auch eine Ambientebeleuchtung, sprich die Linie oben. Unten, das Feld beleuchtet hier. Elektrische Fensterheber. Und eine Fußraumbeleuchtung, die sieht man jetzt nicht so. Vielleicht sieht man sich hier besser. Ja, so ein bisschen genau hier unten im Sitz. Auch hier, da kann man hier noch warm-kalt regeln. Und hier oben haben wir noch Knöpfe, um das Licht ein- und auszuschalten. Also, das sieht sehr edel aus. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Ja, gehen wir mal nach links. Dann wieder auch die Linie wie hinten. Die ganzen elektrischen Fenster hier bei etc. Und eine leicht mittige, unten elektrische Heckklappe. Auf, zu. Die ganzen Lichtschalter hier links, fürs Licht. Dann unser Virtual Display, das beim großen MMI-Touch mit dabei ist. Serie ist natürlich auch schon ein digitales Display an Bord. Dann hier das Multifunktionslenkrad, auch Serie. Das große MMI-Touch, das ist ein paar Zentimeter größer als das Serie. Und zwei Zonen Klimaautomatik, auch Serie. Wir haben noch ein Phone-Paket mit dabei. Hier induktives Laden mit USB etc. Genau. Hier unten, Shift-by-Wire-System. Das ist jetzt so. Außen nicht beleuchtet, erst vorne. Hier mit rückwärts, neutral, Drive-S. Parkposition, Start-Stott-Knopf. Und dann noch, genau, extra Radio-Knopf zum An-Aus-Machen. Oder System-An-Aus-Machen. Ja, Sitzheizung kostet extra. Hier unten, Drive-Select-Serie, Parkassistent und so weiter. Dann unser MMI. Rechts Fußraumbeleuchtung, schön. Und dann hier die Beifahrertür mit der Linie. Schade, mir fehlt hier am Armaturenbrett eine kleine Linie. Die hätten wir noch machen können. Okay, ich würde jetzt mal sagen, ich zeige euch mal, wie man die Ambientebeleuchtung verstellt. Ich muss mich bloß ein bisschen bewegen. Wir gehen hier auf Home. Dann auf Fahrzeug. Dann auf Licht und Sicht. Außenbeleuchtung brauchen wir nicht. Ambientebeleuchtung. So. Und dann haben wir hier zum Beispiel Impuls. Rot und, ich sage jetzt mal, weiß. Und jetzt können wir hier mal auf, gehen wir mal ganz hoch, auf Kontur. Dann ist alles weiß, ne? Auch hinten verändert sich das. Auf Wischen. Das sind so vorgegebene. Leicht gelblich. Solar, da waren wir gerade. Gehen wir mal auf Impuls. Nein, rot, weiß, das waren wir gerade. Impuls. Solar. So ein bisschen orange alles. Und dann kann man hier nochmal die Helligkeit verstellen. Hier alles volle Lotte. Dann sieht das so aus. Dann mache ich Team. Ein bisschen blau-weiß mit dabei. Auch sehr edel. Und es ändert sich auch hinten, wie gesagt. Und, so, wir können dann noch Drive Select machen. Da ist schon alles so ein bisschen weiß. Und, auch in der Helligkeit alles hoch hier individuell. Dann gehen wir hier drauf. So, dann können wir die Flächen. Also, die Flächen sind jetzt hier der unteren Teil, rot. Da, wo meine Hand ist. Und dann können wir jetzt Farbe ändern. Zum Beispiel orange. So, und dann wird das orange. Oder, ich bleibe mal drauf. Weiß. Rot. Und das kann ich hiermit ändern. Und wir sehen es dann aber auch im Display. Ne? Sender hier. Das ist jetzt weiß. Dann ist es orange. Na, ist schon cool gemacht. Dann kann ich den Fußraum an- und ausmachen. Dann noch die Helligkeit. Gehe ich wieder zurück. Gehe ich auf die Linien. Dann geht es natürlich hier um die blaue Linie hier. Und da ist jetzt alles hell. Und da sehen wir wieder Farben. Das sieht man wieder hier oben. Purpur. Blau. Ne? Oben blau. Dann können wir Purpur machen. Dann wird es lila. Ja, doch. Man zieht es ein bisschen. Und so können wir das individuell einstellen. Finde ich schon cool. Das zum Thema Ambientebeleuchtung. Vom neuen RS3. So, hier oben noch. SOS Notruf. Wir haben ein Panoramadach mit dabei. Das ist eher ein Glasdach. SOS Knopf, etc. Ja, das war es schon. Sieht ganz gut aus. Alu-Patelleri. Die leuchtet natürlich auch schön. Das war es. Ambientebeleuchtung. Der neue Audi RS3. 8Y. Das war es. Bleibt weiter gesund. Und bis bald. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Bye.